Alle zwei Jahre veranstaltet die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG eine Freilandausstellung rund um den modernen Pflanzenbau. Mehr als 20.000 Besucher kamen zu den diesjährigen Feldtagen auf das Rittergut Bokkerode in Springe-Mittelrode bei Hannover. Gezeigt wurden neue Pflanzensorten, Landmaschinen, Pflanzenschutzmittel und Anbauverfahren. Im Themenzentrum Grüne Gentechnik konnten sich Interessierte über gentechnisch veränderte Pflanzen informieren. Insgesamt 26 Aussteller beteiligten sich daran. Dieser Ort, dieses Themenzentrum hier, bietet die Chance, dass viele der beteiligten Organisationen sich auch in einem offenen Dialog um das Thema Grüne Gentechnik beschäftigen können, diskutieren können. Von der Grundlagenforschung über die Zulassung bis hin zu Handel- und Lebensmittelherstellern war ein breites Spektrum zum Thema Grüne Gentechnik vertreten. In der Grundlagenforschung sind gentechnische Methoden längst zum Standard geworden. Im Rahmen unserer Grundlagenforschung, wo wir Stoffwechselvorgänge in den Pflanzen von der Photosynthese bis hin zu natürlichen Resistenzen gegen Schädlinge verfolgen, wird mit gentechnisch veränderten Versuchspflanzen gearbeitet. Und deswegen nimmt es auch kein Wunder, dass auch im Laufe der letzten 20 Jahre viele dieser Ergebnisse, die wir gewonnen hatten, bei den Pflanzenzüchtern und letztlich auch in der Landwirtschaft, vor allem weltweit, gelandet sind. Hinter Glas waren verschiedene gentechnisch veränderte Pflanzen zu sehen. Darunter auch solche, die schon bald für den Anbau in Europa zugelassen werden könnten, wie diese Kartoffel, in die Resistenzgene gegen die Kraut- und Knollenfäule eingeführt wurden. Andere Pflanzen waren eher Prototypen für mögliche zukünftige Anwendungen, wie zum Beispiel Möhren, die für Allergiker besser verträglich sein könnten. Wir finden bei etwa 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung Möhrenallergie. Und zwar sind das meistens Kreuzallergien von Pollenallergien, die auftreten, wenn Pollenflug herrscht. Und es handelt sich hier um ein Protein, das wir identifiziert haben, ein sogenanntes PR-10-Protein. Das haben wir ausgeschaltet in diesen Möhren. Und dann wurde die Allergenität medizinisch überprüft und mit Prick-Tests an Patienten. Und es zeigte sich, dass wir hier tatsächlich eine Reduktion der Allergie finden. Ein wichtiger Themenbereich war die biologische Sicherheitsforschung, die sich mit möglichen Auswirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen auf die Umwelt beschäftigt. Mitarbeiter aus einzelnen Forschungsprojekten und des Internetportals biosicherheit.de standen hier für Fragen und Diskussionen bereit. Die Leute interessiert natürlich unsere Arbeit. Also wie wir sie machen, warum wir sie machen, welche Ergebnisse dabei herauskommen. Aber auch vornehmlich auch so Fragen, die das Themenfeld umgeben. Sprich Patente, wie sich das sozioökonomisch auswirkt, wenn man gentechnisch veränderte Pflanzen anbaut und anderes. Also ich denke schon, dass generell es eine vertrauensbildende Maßnahme ist, wenn man ganz klar zeigt, dass die Biosicherheitsforschung die Ängste ernst nimmt und wahrnimmt und versucht, die mit Forschung zu antworten. Erstmalig stellte auch die für Gentechnik zuständige Zulassungsbehörde ihren Tätigkeitsbereich vor. Das BVL ist ja als Genehmigungsbehörde zuständig für die Risikobewertung, sowohl für Freilandversuche als auch für das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und deswegen denke ich, es ist auch ganz besonders wichtig, dass das BVL hier vertreten ist, um Informationen zu geben, was alles bei der Prüfung bewertet wird und wie intensiv diese Bewertung erfolgt. Bisher habe ich herausgefunden, dass gerade im Bereich der Sicherheit es unglaublich komplex ist, die einzelnen Interaktionen zwischen EU und Bund und den einzelnen Ministerien. Und ich denke auch, dass die Forschung schon bei uns weiter allmähliches Fortschritt, allerdings wir noch im Vergleich zu Amerika oder ähnlichen Ländern noch sehr viel aufzuholen haben. Im Themenzentrum gab es mehrere Diskussions- und Informationsrunden, so zum Beispiel zu der Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft. In einem Streitgespräch wurde über die Rolle der grünen Gentechnik bei der Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung diskutiert. Wenn ich also einen Weizen züchte, in diesem Fall mit gentechnischen Methoden, der endlich mal sich das Proteinniveau so hoch zieht, dass ich da überhaupt kein Problem habe und ich gleichzeitig also Dünger sparen kann, dann habe ich eine klassische Win-Win-Situation. In dem, wie es als Allheimmittel versprochen wird, kann es das gar nicht, denn die Hauptursache für Hunger weltweit ist Politikversagen. Es zeigte sich, dass der Bedarf an Diskussion und Information zu einem so kontrovers diskutierten Thema wie der grünen Gentechnik hoch ist. Das Themenzentrum bot insbesondere auch die Gelegenheit, Landwirtschaft und Forschung einander näher zu bringen. Ich glaube, es ist außerordentlich wichtig, dass Landwirte und solche, die Grundlagenforschung betreiben, hier sich austauschen. Es ist wichtig und wir halten genau deswegen einen sehr intensiven Austausch mit der deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, weil es hilft zum einen, den Forschern auch den Bedarf an Themen zu identifizieren und gleichzeitig gibt es dem Landwirt auch eine Ahnung, wie Produkte der Zukunft sich entwickelt werden.